Das achte Kapitel. Wie er in einem Trog den Teufel findet, spring ins Feld hingegen schöne Pferde an sich bringt. Ich wurde meinen Jupiter nicht mehr los, denn der Kommandant wollte ihn nicht, weil es an ihm nichts zu gewinnen gab, und sagte, ich könnte ihn behalten. So bekam ich einen eigenen Narren und brauchte ihn nicht mal zu kaufen. Dabei hatte ich mich noch im Jahr zuvor selbst als ein solcher verschleißen lassen müssen. So seltsam ist das Glück, und so veränderlich die Zeit. Eben noch piesackten mich die Läuse, jetzt hatte ich den Gott der Flöhe in meiner Gewalt. Vor einem halben Jahr diente ich noch als Pferdejunge einem biederen Dragona, und jetzt gebot ich über zwei Knechte, die mich mit Herr anredeten. Es war noch kein Jahr vergangen, seit mir die Wüstlinge nachgerannt waren, die mich zur Hure machen wollten. Jetzt vernarrten sich die Mädchen von selbst in mich. Aus Liebe. So wurde ich bei Zeiten gewahrt, dass es in der Welt nichts Beständigeres gibt als die Unbeständigkeit. Deshalb begann ich zu fürchten, mein jetziges Wohlergehen könnte mich eines Tages noch teuer zu stehen kommen, wenn das Glück wieder seine Launen an mir ausließ. Damals zog der Graf von der Waal als oberster Gouverneur des Westfälischen Kreises aus allen Garnisonen Truppen zusammen, um einen Kavalerievorstoß durch das Stift Münster in Richtung der Fechte auf Meppen, Lingen und andere Orte in dieser Gegend zu unternehmen. Vor allem aber, um zwei Kompanien hessischer Reiter aus dem Stift Paderborn zu vertreiben, die zwei Meilen von Paderborn entfernt lagen und den Unseren dort viel zu schaffen machten. Ich wurde den Dragonern zugeteilt, und sobald sich in Hamm eine größere Truppe gesammelt hatte, zogen wir schnell fort und bestürmten, noch ehe die Unseren nachkamen das schlecht befestigte Städtchen, in dem die hessischen Reiter sich einquartiert hatten. Sie versuchten zu fliehen, aber wir jagten sie in ihr Nest zurück und boten ihnen an, sie ohne Pferde und Waffen, aber mit dem, was der Gürtel umschließt, abziehen zu lassen. Darauf mochten sie sich nicht einlassen, sondern wollten sich mit ihren Karabinern wie Musketiere wehren. So kam es, dass ich noch in derselben Nacht erproben musste, ob ich auch Glück beim Stürmen hatte, denn wir Dragoner gingen dabei ganz weit vorn. Es gelang mir so gut, dass ich mit dem Spring ins Feld vollkommen unverletzt unter den Ersten war, die in das Städtchen gelangten. Wir räumten die Gassen in kurzer Zeit, denn alles, was in Waffen daherkam, wurde niedergemacht. Die Einwohner jedoch hatten sich geweigert, ebenfalls zu den Waffen zu greifen, sodass wir uns bald um die Häuser kümmern konnten. Spring ins Feld meinte, wir sollten uns ein Haus mit einem großen Misthaufen davor aussuchen, denn in diesen wohnten oft die reichsten Leute, bei denen sich gewöhnlich die Offiziere einquartierten. Wir nahmen uns ein solches vor, in dem Spring ins Feld den Stall und ich das Haus durchsuchen wollte, wobei wir vereinbarten, alles, was wir finden würden, miteinander zu teilen. Also zündeten wir jeder eine Fackel an und gingen los. Ich rief nach dem Vater des Hauses, bekam aber keine Antwort, weil sich alle versteckt hatten, und gelangte bald in eine Kammer, in der nichts war, außer einem leeren Bett und einem verschlossenen Backtrog. In der Hoffnung, etwas Wertvolles darin zu finden, stemmte ich ihn auf, doch als ich den Deckel abnahm, richtete sich daraus ein kohlschwarzes Etwas vor mir auf. Niemand anderes als Luzifer selbst, so schien es mir. Ich könnte schwören, dass ich mich mein Lebtag nicht so erschrocken habe wie in diesem Augenblick, da ich plötzlich den schwarzen Teufel vor mir sah. Trotzdem rief ich in meinem Schrecken, dass dich der Etc. erschlag, und zückte die kleine Axt, mit der ich den Trog geöffnet hatte, hatte aber doch nicht den Mut, sie ihm in den Kopf zu hauen. Er aber kniete nieder, hob mir die Hände entgegen und sagte, »Min lewe Herr, ich bitte doch Gott, schink mir mein Leben!« Da begriff ich, dass er kein Teufel war, denn er sprach ja von Gott und bat um sein Leben. Ich sagte, er solle aus dem Trog steigen, das tat er und kam mit mir, so nackt, wie Gott ihn erschaffen hatte. Ich schnitt ein Stück von meiner Fackel ab und gab es ihm, damit er mir leuchtete. Gehorsam führte er mich in eine Stube, wo ich den Hausvater fand, der uns samt seinem Gesinde in unserem seltsamen Aufzug erschrocken anstarrte und zitternd um Gnade bat. Die bekam er leicht, weil wir den Bürgern der Stadt ohnehin nichts antun durften, und er mir das Gepäck des Rittmeisters, der bei ihm logierte, sogleich aushändigte. Darunter ein wohlgefüllter, verschlossener Reisesack. Außerdem berichtete er, Der Rittmeister und seine Leute seien bis auf einen Knecht und den bei mir befindlichen Mohren auf ihre Posten gegangen, um den Ort zu verteidigen. Unterdessen hatte Spring ins Feld auch schon den besagten Knecht mit sechs prächtigen gesattelten Pferden im Stall erwischt. Die stellten wir ins Haus, verriegelten es und ließen den Mohren sich anziehen und den Hausvater auftragen, was er für den Rittmeister hatte zubereiten müssen. Als aber die Stadttore geöffnet, die Posten besetzt und unser Generalfeldzeugmeister, der Herr Graf von der Wahl, eingelassen wurde, logierte er sich in eben dem Haus ein, in dem wir uns befanden. Deshalb mußten wir uns in finsterer Nacht ein anderes Quartier suchen. Wir fanden es bei den Kameraden, die an dem Sturm auf das Städtchen beteiligt gewesen waren. Bei denen ließen wir es uns gut gehen und verbrachten den Rest der Nacht mit Fressen und Saufen. Nachdem ich und Spring ins Feld unsere Beute geteilt hatten, blieben mir der Moor und die beiden besten Pferde, eines davon ein Spanisches, auf dem sich ein Soldat vor dem Feinde wohl sehen lassen konnte und auf dem ich später nicht wenig glänzte. Aus dem Reisesack aber bekam ich verschiedene kostbare Ringe und ein Porträt des Prinzen von Oranien in einer goldenen, mit Rubinen besetzten Schatulle, während ich alles andere dem Spring ins Feld überließ. So kam ich, wenn ich alles weggegeben hätte, mit den Pferden und allem anderen auf über zweihundert Dukaten. Für den Mooren aber, dessen Eroberung mir am meisten Mühe gemacht hatte, bekam ich von dem Generalfeldzeugmeister, dem ich ihn präsentierte, nicht mehr als zwei Dutzend Thaler. Wir zogen dann rasch weiter bis an die Ems, richteten aber wenig aus. Und als wir nachher in die Nähe von Recklinghausen kamen, holte ich mir die Erlaubnis, dem Pfaffen, dem ich den Speck gestohlen hatte, zusammen mit Spring ins Feld einen Besuch zu machen. Das würde ein fröhliches Beisammensein. Ich erzählte ihm, wie mir der Schreck, den ich ihm und seiner Köchin neulich eingejagt hatte, von dem Mooren kräftig heimgezahlt worden sei, und schenkte ihm zum freundlichen Abschied eine schöne schlagende Halsuhr, die ebenfalls aus dem Reisesack des Rittmeisters stammte. So machte ich mir überall diejenigen zu Freunden, die sonst Ursache gehabt hätten, mich zu hassen. und schenkte ihm.